Also ich glaube 1, 2, 3 1, 2, 3 So Es dürfte hoffentlich reichen Tut es aber nicht Oder doch Ich habe mich nicht verrechnet Juhu, juhu Es freut mich immer so, wenn ich mich nicht verrechne Aber ich habe es gemacht Scheiße So Dann muss ich hier die 3 setzen 1, 2, 3 1, 2 Einen 1, 2 1, 2, 1, 2, 3 Jetzt bin ich wieder mit der Turm So, ja Hier kommen die 1, 2 Hier Hier der 1 Hier die 2 Und hier kommt dann wieder die 3 her So Dann kriegt er so eine leicht runde Form hier Dann kommen hier wieder 1, 2 1, 2 Der einige welche Hier die 2 Nochmal 2 So Man hat da schon mal alles ein Gesicht Nicht unbedingt ein wunderschönes Gesicht Aber Ich könnte durchdrehen So Jetzt sichere ich die Cobblestones hier So, 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 so Ja Die Spitzhacke mal wieder gezückt So Weil Seine Felsi ja wieder ausbauen Die sind ja ausbaufähig Haha 1, 2 1, 2 Juhu 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 Es hat funktioniert Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert So, dann brauche ich Was brauche ich denn? Was baue ich denn hier rum? Steinzinnen Sind doof Die sind doch immer recht hoch Oder mache ich es doch? Oh ja Ich habe eine Idee Da muss man halt dann aufpassen Wenn man nicht runterfällt Oh ja Oh ja Ich liebe meine Ideen Wenn ich mal welche habe Für Minecraft Sag mal so Meine ganze Inspiration Ist verschwunden Durch Minecraft 200 So Hier noch ein paar Zinnen hin Auf jedem zweiten So 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 Und es geht sich auch noch so wunderschön aus Ich finde es so geil Oh Zum Glück So So Jetzt haben wir hier die Burg Zinnen Ich habe hier immer noch keine Treppe Oder eine Leiter Au Ah Das tat weh Muss ich mal gucken Ob ich noch Leitern habe Hat schon was Ein bisschen was Rundes Aber nicht so rund Hilft ja nicht So So ungefähr passt es Dann kommt hier noch so ein Türmchen her Ja 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 Wird schon schön Wird schon schön Muss man sagen So Dann muss ich hier mal an die Doppelkiste ran Gucken Ah Hier habe ich noch Holz Ist ja toll Brote habe ich auch noch Soforts Decken Holzbretter habe ich Perfekt Äxte habe ich Muss ich jetzt nicht bei haben Eier habe ich hier Weizen kann ich auch hier hinlegen So Dann mache ich mal das was ich brauche Wart mal Die Glassteine könnte ich auch hier reinlegen Fürs Erste So Dann mache ich mir mal Stiefchen Da brauche ich sowieso noch ein paar von So Erstmal hier hin Gelegt Dann brauche ich Stickies Jede Menge Stickies Und dann mache ich mal Leitern Was ich hier mal Einen sicheren Aufstieg habe Ich dass ich Andauernd mich auf die Fresse lege So Nur weil ich Äh Zu blöd bin Gleich eine Leiter anzubringen So Der Mond ist schön dunkel heute So Hier Wird einer mal Vom Licht geküsst Nein Du wolltest Eins höher So So Gut die hängen jetzt gleich hoch Perfekt Äh Ich wollte die Leitern So So Haben wir hier schon eine schöne Leiter angebracht So Dann sind wir hier oben Dann kann ich Hier noch eine Fackel anbringen Hier noch eine Hier noch eine Wo bürnt hier das Skelett Hier ist irgendwo ein Skelett gewesen Und es krepiert Würde mich jetzt stark interessieren Wo das war Und die Musik muss ich Alle immer einpegeln Die schreien ja förmlich So Dann baue ich hier so Half Steps rein Dann kann man hier auch Anständig Über die Zinnen gucken Bin ich jetzt mal so der Meinung Aber ist halt saumäßig gefährlich Also prädestiniert zum runterfallen Aber man sieht schon was So Zum Beispiel hier die Brücke Leider kann ich nicht so Die Distanz hochstellen Warte wir probieren sie mal Optionen Grafikeinstellungen Äh Schön Äh Äh Huch Maximal Fertig Zurück zum Spiel Da muss ich jetzt Die Welt mal wieder generieren Aber ist ja gleich Viel schöner So Jetzt kommt man Ein bisschen in die Richtung Vielleicht sehen wir ja Das Häuschen noch Aber ich Ich glaube nicht Doch man sieht es leicht Wieso regnet es jetzt Und da läuft Ein Gri Wo kommst du denn her Verfluchte Axt Apropos Axt Die haue ich dir jetzt Monumental durch den Schädel Hier ist es Gripiert Verpiss dich Du stirbst hier Keinen Heldentod Ich muss hier echt noch ein paar Fackeln ranbringen Scheiße Ich dachte das reicht So Ohne Scheiß Das geht ja mal voll nicht Scheiß Regen Ich hasse Regen Naja Was soll es Denn für Regen Können wir nichts Wir können noch nicht Gott spielen Um Regen Einfach auszuschalten Und ich hab die Mod Nicht installiert Unter anderem So Ja geil Hier regnet es nicht Hier regnet es Es gibt keinen Seitlichen Regen Nö Es gibt keine Winde Nö Ja Ist ja Wurst Ist Minecraft So Jetzt mach ich mir hier Natürlich gleich Dasselbe Schauspiel So Ungefähr die Höhe So So Dass ich hier eine gerade Mauer ziehen kann Warte Erste Mauer Hier So Jetzt gehen wir hier Straight hier rüber Eins Zwo Drei Vier Zwo Drei So Dann haben wir Hier schon mal Ja Scheiß Gras Weg mit dir So Dann mache ich das hier So Dann packe ich mir hier Eine Schaufel Jetzt geht die Angefickte Dann kommt hier Das ein bisschen weg So Hier setze ich natürlich Wieder Eine Fackel Oder auch Zwei Mich würde Interessieren Wo Wo das Zeug Gespawnt hat Ich glaube Ich muss noch Eine Ebene Höher Ich will die Wirklich jetzt Gleich Hoch Machen Auch wenn ich Jetzt hier Erde Verbrate Ach ne Ich muss ja hier hin Die brauche ich ja nicht Oder Eins Rot Drei Vier Achja Fünf Ich muss ja doch Hier rüber Haben wir jetzt Die selbe Ebene Au Ah Das tat wie So Erde Wartet mal Optionen Ton Auf 30 Weil gerade Extrem der Regen Laut ist So Ich glaube Ich darf noch Einen Block Höher Oder Wollen wir Erstmal So eine Linie Ja Einen muss ich noch So Schaufel Äh Ich hab gesagt Schaufel Und bitte Die hier Nein Das funktioniert Ja nicht So Eine gehen wir noch Hoch Eins Zwei Drei Vier Fünf Ja Stimmt schon So Hier So Dann haben wir Das hier So 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 Nein So So Nein Die Erde ist alle Dann muss ich ein bisschen Ausschaufeln Hier Dann klaue ich mir hier gleich mal die Erde Weil ich darf mir ja selber die Erde klauen Sonst keiner Die Mucke ist gerade irgendwie toll Hat was So Kurz gekratzt Muss ja auch mal wieder sein Ach komm Was soll's Nimm ich hier mal die ganze Erde weg Zum Glück haben wir noch eine zweite Schaufel Ach ja Und ich könnte es wirklich so machen So Hat eher was Von so einem Eingang für so einen Turm Jetzt Können wir gleich hier irgendwas spawnen Ich brauche ja eh noch einiges an Erde Auch wenn ich glaube ich noch eine Kiste voller Erde daheim stehen habe Also In unserer Bauernhütte Aber was soll's Ich brauche hier gerade vor Ort die Erde Und bevor dass ich jetzt da rüber laufe Da ist das Zeug eher hier weggeschaufelt Und Ich muss hier sowieso noch ein bisschen was schaufeln Ein bisschen Begradigen und so Damit das hier anständig wird So Weil man das ja nicht so anbieten kann Wie zum Beispiel das Loch hier Das muss hier direkt mal gestopft werden Ja Ich fall hier gleich direkt nochmal ins Loch Weil's so schön ist So Dann ist er wieder satt der Junge Und dann geht's hier weiter So 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 Dann mache ich hier alles mal schön schön